Stoni TV in Möbeldorf. Kleiner Vorort von Nürnberg. Möbeldorf 2000. Und da gibt es alle Jahre ein Mitternachtsturnier. Und zwar wird da hineingespielt über Mitternacht in den Vatertag, also Himmelfahrtstag. Dieses Jahr also vom 24. Mai in den 25. Mai. 2017, den haben wir mittlerweile. Ein Uhr ist es. Jetzt genau. Es laufen schon die Doppel. Da gibt es eine ganz besondere Zellweise, die ein bisschen an Früh erinnert. Da geht es nämlich bis 21. Dafür aber nur ein einziger Satz. Und da alles in einem Feld spielt, gibt es Vorgabepunkte bis zu sechs Punkte Vorgabe, je nachdem wie hoch man vom TDR-Wert eingestuft ist. Da wird nicht der Durchschnittswert genommen, sondern der aktuelle TDR-Wert von gestern Nachmittag oder Abend. Beziehungsweise mittlerweile haben wir schon vorgestern. Ein Möbeldorfer schlägt hier auf. Hinten rechts steht Gianluca Bartolets. VW 1848 Schwabbach. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.